Willkommen hier zurück zu der Evil Within. Mein Name ist Mark Coxie, wir sprechen normal, wir machen weiter. Werden wir jetzt erschrocken? Nein, werden wir nicht. Können wir hier durch? Nein, können wir nicht. Werden wir hier erschreckt? Nein, werden wir nicht. Interessant. Daher können wir jetzt hier so einen Schockbolzen rein donnern. Schrotflintenmunition, die brauchen wir. Keine Ahnung, ob sich's lohnt oder nicht. Ne, eine Spritze. Ich weiß halt echt nicht. Eigentlich können wir ja nicht so viel verlieren. Ne, kein Explorer. Ja, genau. Naja, ob's das jetzt gebracht hat oder nicht, weiß ich nicht. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Ne, nicht wirklich. Ob sich's jetzt gelohnt hat, ich weiß es nicht. Gott sei Dank geht ja nicht. Jetzt könnte ich mich wieder nicht entscheiden, wo wir hin müssten. Okay. Das war klar. Na toll. Ey! Springt denn einfach runter, der Vogel. Man wird's ja nicht für möglich halten. Hallo. Hm, wir kommen da nicht rein. Sehr reizend. Springen wir doch wieder runter. Heilands Donnerwetter. Heilands Donnerwetter. Hm. Was haben wir hier wieder für'n Frequenz-Sequenz-Bereich? Da liegt doch die Lady oben. Genau. Oh. Heil. Hm, toll. Reizende Zeitgenossen haben wir hier. Ach, hier geht's auf. Da kommen wir ja. Ne, da kommen wir nicht her. Servus. Wumms die Wumms. Was? Das macht's doch schön. Fletch. Los. Nimm's mit. Was hast du? Oh. Sehr gut. Was können wir jetzt mehr mitnehmen? Hm. Aha. Wir können mehr Armbrustbolz mitführen. Das ist ja schön. Wumms. Ja. Schwuppdiwupp. Also gut. Was ist mit dem? Der ist ja schon tot. Hey, war das nicht sonst? Ne, das war's auch nicht. Das war's. Oh nein. Ich hasse es. Die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann's ja mal versuchen. Ist klar. Jetzt kommt wieder dieser Scheiß. Ah, das Grüne. Ich hab gedacht, wir wären das Rote. Ja. Auf dem System Neustart der jeweiligen Anlagen warten. Alles klar. Notfallabriegelung im Freizeitbereich aufgehoben. Mit der Wartensystem wird neu gestartet. Aha. Da kommen ja schon die Ersten. Heieiei. Aufgehoben. Mit der Wartensystem wird neu gestartet. So. Wo ist der Nächste? Zack. Die noch zurück. Zack. Die noch zurück. wieder. Leck mich am Kittel. Ja, ja. Ist gut. Die ist ordentlich auf Krawall gebürstet. Schluss. Meine Fresse. Nein, das war's noch nicht. Tatsächlich. Wir müssen wirklich Munition sparen. Das war jetzt alles, oder was? Alles klar. Ah. Überraschung. War's voll? Ich glaub's ja wohl nicht. doch scheint so. Wir brauchen dringend wieder eine Munitionstasche. Scheint's ja wirklich gewesen zu sein. Okay. Gott, dieser Geruch. Komm, wir gehen da mal rein. In die Kacke. Ey. Geht nicht. So ein Mist. Was haben wir denn hier? Komm, wir machen's. Wir sind mutig. Nein. Ja. Okay. Alles klar. Achso. Wir hätten das nicht tun müssen. Doch. Hätten wir. Tja. Da geht. Ganz tief runter. Oh nein. Bitte nicht wieder so Piranhas. Die hatten's nämlich mal echt in sich. Voll. Toll. Gut. Gehen wir hier hoch. Alles klar. Betätigen wir mal diesen Hebel. Es ist immer gut, wenn wir irgendwie zurückkommen. Je mehr wir jetzt vorarbeiten, desto leichter wird's, falls wir nachher wirklich zurückkommen sollten. Und da kommen wir auch schon. Das ist also das schlimme Gasleck. Ja. Ich freu mich jetzt schon. Ich weiß, was uns das letzte Mal erwartet hat. Danke, Onil. Ohne das Teile würde ich es niemals schaffen. Das Schlimme ist, der Sauerstoff geht uns aus. Bestimmt. Und wir werden bestimmt noch überrascht. Wie in einem Irrgarten. Hat er ja gesagt. Entzündlich? Mist. Dann kann ich keine Schusswaffen einsetzen. Wir schießen trotzdem. Ist ja langweilig. Wir können nicht schießen. Was ist denn das? Aha. Hallo, Lady. Wir kennen uns doch noch. Dass die überlebt. Schießen dürfen wir ja nicht. Wir können auch gar nicht. Bedauerlicherweise. Oh nein. Wieder die eine Dame, die da gerne herumkotzt. Ein Elektroschloss. Verdammt. Ich muss der Spur folgen. Oh Mann. Ja. Da ist er wieder. Wieder. Oh Mann. Oh Mann. Gott. Gott. Da kommt sie. Besser gesagt, sie geht wohl wieder. Hallo, Lady. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Jetzt ist sie wieder tot. Die hat es nämlich echt in sich. Auch wenn man es nicht so zugeben mag. Okay. Checken wir uns mal die Richtung ab. Hoi. Da bin ich jetzt gerade erschrocken. Also da bin ich jetzt gerade erschrocken, mein lieber Scholli. Ach so. Ja, hallo. Jo. Ach, das Spielchen schon wieder. Drei. Drei. Toll. Jetzt bin ich sogar erschrocken, wo die Türe aufgegangen ist und das Gepiepse losgegangen ist. Was ist mit mir los? Warum bin ich nur so schreckhaft? Ich weiß nicht. Gott sei Dank. Die Maske roch fürchterlich. Also. Sebastian, lauf. Gut, okay. Glaubst du ja wieder Zeit für einen Cut? Spritze, nehmen wir mit. Ja, Erweiterung und Datenziele an alle Operatives. Und zwar von Operative Pilgrim. Aufgrund des Erfolgs der neuen Anwerbungsaktion nähern wir uns unseren Datenzielen. Jeder Bewohner von Union erweitert die Speicher um Verbreitungskapazität des Stem um 100 X-Byte. Für die Aktivierung des drahtlosen Stem werden 2 Millionen von X-Byte sein sollen von der Datengröße. Speicher benötigt. Ausgehend von der prognostizierten Zunahme sollte dies einige Monate der Fall sein. In einigen Monaten der Fall sein. Ein drahtloser Stem versorgt, beziehungsweise sorgt dafür, dass eine kostspielige Stemwanne mehr erforderlich sind und wir unser Ziel erreichen. Phase 2. Das vollkommene Eintauchen der Bevölkerung in dem Stem. Lalalalalala, kommen wir, die ist noch fertig. Die Einheitszerebralchips werden dazu dienen, Mobius Operative zu identifizieren und vor der Phase 2 Signale zu schützen, dass überdrahtlose Stem-Sender in alle Winkel des Planeten gesendet wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir machen hier jetzt einen Cut, aber ich kann nicht aufhören, weil ich nicht aufhören kann und nicht aufhören will. Wir haben schon 14 von 40 Informationen und haben, glaube ich, die Hälfte des Spiels schon geschafft, was eigentlich ziemlich schade wäre, aber Pipapo, Mexiko, Arsch im Loch. Was ist da? Wir gehen erst hoch. Die Frage ist, wo sind wir richtig? Ja gut, also komm, das checken wir ja nur ab. Ja, ist voll. Ist klar. Ach, na, Puhnbolzen. Schön. Ich kann nicht aufhören, Leute. Geht nicht. Hallo. Ist jemand hier? Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Tier mit einer Atemmaske für mich durch den Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Leben riskieren. Geht nicht. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Der Zusammenbruch hat ein Gasleck in den Zugangstunnel verursacht und meine Atemmaske ist im Transporter. Können Sie kein Team mit einer Atemmaske für mich durch den Tunnel schicken? Tut mir leid. Wir können für Sie keine Leben riskieren. Ich weiß auch gar nicht, wie es hier weitergehen soll. Gar nicht. Doch, da. Ich kann eigentlich nicht aufhören. Aber ich muss. Dürfen wir jetzt auch nicht schießen? Tatsächlich, wir dürfen nicht schießen. Wir dürfen, wir können nicht schießen. Das ist ganz toll. Ja, bis zum nächsten Speichelpunkt müssen wir ja noch. Hallo. B-02 Tja. Endlich komme ich hier raus. Okay. Dann wollen wir mal noch zum Rathaus gehen. Dann wollen wir mal noch zum Rathaus gehen. Geht nicht, war klar. Also gut, hier haben wir unseren Speichelpunkt. Jetzt nochmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Das war's soweit. Tschüss und bis dann.